Hallo zusammen, ich bin Tirina und ich arbeite als KFA-Lernende hier bei Lenz und Stählin. Ich bin Simon und ehemalige HMS-Praktikantin und arbeite jetzt hier noch weiterhin im Teilzeitpensum. Jetzt zeigen wir noch gerne einen kleinen Einblick in unseren Arbeitsalltag. Im HMS-Praktikum wechselt man einmal die Abteilung in diesem Jahr. Einmal ist man in der Buchhaltung und einmal in einem Anwaltssekretariat. In der Buchhaltung bearbeite ich Spesen sowie Kreditoren und Debitoren. In der dreijährigen Lehre wechselt man alle Halbjahr die Abteilung. Man ist unter anderem in der Personalabteilung, in der Buchhaltung und verbringt auch viel Zeit in dem Anwaltssekretariat. Wir haben es alle gut miteinander und wir verbringen auch gerne unsere Pausen mit unseren anderen Teamkollegen. In der Cafeteria können wir uns bei den Getränken bedienen oder an den Früchten schalen. Zudem annehmen wir einen Automat, wo wir uns zum Mittag rausholen können. Durch den täglichen Kontakt mit der Anwälte kommt man auch einen guten Einblick in ihren Arbeitsalltag rüber. Ich habe mich für die Lehre in einer Anwaltskonferenz entschieden, weil durch die halbjährlichen Abteilungswechsel ich immer etwas Neues lerne und mir nie langweilig wird. Je nach Abteilung kann man sehr selbstständig arbeiten. Praxis und Brustbildner stehen einem aber immer zur Seite. Mir gefällt auch recht vor allem, dass es so lebensnähe ist und man täglich in Situationen kommt, wo man dann merkt, so wäre das geregelt rechtlich. Und auch das Zusammenarbeiten mit den einzelnen Gesetzbüchern. Ich hoffe, wir hätten dir einen guten Einblick in unseren Arbeitsalltag geben können. Wenn es dir gefallen hat, bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.